Da steht ein Mann. Ach der, das ist kein Mann. Das ist ein Roboter. Die testen mich, scannen mein Gehirn. Multiple Choice, ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus? Dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. Pass mal auf, Tom. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich gehöre zu den Leuten, die euch drei Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben. Und an Liebe bist du gar nicht interessiert. 0,0. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Dass er eine Maschine ist? Unterschätzen Sie ihn vielleicht? Also, wie ist das jetzt mit deinem Schwanz? Das ist also der Schwanz, den ich mir wünsche. Anscheinend. Es gibt einen Graben zwischen uns. Ich gehöre jetzt zurück und dann werde ich gelöscht. Heißt das bei euch nicht? Liebe überwindet alle Grenzen. Sagst du, er kann doch sprechen, oder? Tom ist ein freundlicher Hoboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? War einfach so naheliegend. Was in der Italien? Gestalt. �